Dass bei Alex Zverev und Sophia Tomala nicht immer alles ganz harmonisch abläuft, daran lassen die beiden inzwischen die ganze Welt teilhaben. Erst kürzlich sorgte ein Video des Paares von einem Museumsbesuch für Aufsehen. Damals waren sich Alex und Sophia überhaupt nicht einig, als es darum ging, ein Kunstwerk zu bewerten. Während Sophia fand, dass der alte Monitor mit einem blauen Strich in der Mitte einfach gut aussehen würde, konnte Alex ihr Urteil gar nicht glauben. Du hast echt ne Meise oder was? regte er sich auf. Nun hat Sophia wieder ein Museum besucht, diesmal aber offenbar alleine. Von einem Seitenhieb gegen Alex hielt sie das aber nicht ab, den sie auch prompt wieder auf Instagram öffentlich machte. Sophia Tomala Lester über Alex Zverevs Look Am Freitag war Sophia im Naturkundemuseum in New York unterwegs. Im American Museum of Natural History begutachtete sie übergroße Tiermodelle, bestaunte Skelette und bewunderte Edelsteine. Ich hab's geliebt, lautete letztlich ihr begeistertes Fazit des Besuchs. Und dabei haben es ihr vor allem wilde Tiere angetan. In ihrer Instagram-Story postete Sophia gleich mehrere Fotos von ausgestopften Leoparden, Nashörnern und einem Luchs im Schnee. Doch bei einem Tier konnte sie sich einen eindeutigen Kommentar in Alex' Richtung nicht verkneifen. Auf einem Bild eines Löwen markierte sie Alex und schrieb, Alex Zverev, wenn er nicht bald zum Friseur geht. Tomalas Kommentar zielt wohl auf die wilde Mähne des Löwen ab. In der sieht sie offensichtlich Parallelen zur Frisur ihres Partners. Wenn man bedenkt, wie zerzaust der Löwe auf dem Foto aussieht, kein nettes Urteil. Sophia enthüllt Geburtstagswunsch, wie die kleine Stichelei bei ihrem Partner ankam, erfuhren die Fans aber nicht. Zverev, der es gerade in die dritte Runde der US Open geschafft hat, will sich aktuell wohl ganz aufs Sportliche konzentrieren. In seiner Story postete er lediglich Grüße an seinen Tennis-Kollegen Daniel Altmaier, den er zuvor in der zweiten Runde des Turniers geschlagen hatte. Sophia gab ihm auch noch einen wohl nicht ganz ernst gemeinten Tipp mit, was sie sich zum Geburtstag wünscht. Am 6. Oktober, also in knapp fünf Wochen, wird die Moderatorin 33 Jahre alt. In ihrer Story postete sie ein kurzes Video einer mit Edelsteinen besetzten Halskette. Dazu schrieb sie, für alle, die noch Geschenkideen brauchen. In diesem Post hatte sie Zverev allerdings nicht markiert. Ich wünsche sie, für alle, die Jahre alt.